Ein neues mysteriöses KI-Modell treibt Spekulationen durch die ganze KI-Welt. Einige sagen, es ist GPT-5. Andere meinen, es ist der neue Gott der Religion von OpenAI. Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat mal wieder nichts Besseres zu tun, als die Leute auf X zu trollen und facht natürlich noch mehr Spekulationen an. Lasst uns einfach mal ansehen, was man weiss und was nicht. Starten wir erstmal damit. Denn dieser User, Seiraul, hat dieses Modell getestet, bzw. er hat die besten Tests zusammengetragen. Übrigens, diese Grafik hier, ich denke, die ist tatsächlich einfach nur so aus Spaß entstanden. Also GPT-2 wird wohl höchstwahrscheinlich nicht um Welten besser sein als GPT-4. Scrollen wir mal runter und sehen uns ein paar Dinge an. Also was kann das Ding? Aktuell sieht es so aus, als ob es ein Snake-Spiel mit einer einzigen Zeile Code erstellen kann. Und das Ganze hat scheinbar auch recht gut funktioniert hier. Das zweite Beispiel ist das hier. Eine richtig, richtig schwere Matheaufgabe, die scheinbar kaum ein LLM lösen kann. Aber GPT-2 hat es, zumindest laut diesem Test, geschafft. Das da fand ich besonders spannend. Also man kann ein Einhorn zeichnen. Also ich denke, dafür hängt tatsächlich sehr, sehr viel Verstand hier mit drinnen. Ich muss gestehen, ich habe das auch ab und zu mit Cloud-3-Opus und mit GPT-4 probiert. Das war grauenhaft, das sah niemals so gut aus. JSON-Dateien sollen ohne Probleme klappen. Auf alle Fälle ist es viel, viel besser als Open-Source-Modelle, zumindest laut diesem User. Also wie gesagt, es wurden verschiedenste Dinge hier zusammengetragen. Also dieser gezeichnete Zug und dieser hier, die sehen schon sehr vielversprechend aus. Diese Frage, die habe ich auf meinem Kanal im grossen LLM-Vergleich auch ab und zu gestellt. Ich muss gestehen, solche Fragen, mit der Zeit werden die tatsächlich auch etwas interessant, denn natürlich gehen die mit der Zeit auch in die Trainingsdaten der Modelle ein. Und je öfter man natürlich ein solches Modell fragt, das lernt natürlich dazu über das sogenannte Reinforcement Learning und irgendwann werden solche Fragen einfach beantwortet, weil sie daran trainiert worden sind. In Vergleichen mit ChatGPT4 scheint GPT2 hier tatsächlich viel, viel besser abzuschneiden. Wenn man es jedoch fragt, ob es tatsächlich GPT4, GPT4,5 oder GPT5 ist, dann sagt es uns, dass es GPT4 ist aktuell. Also das Modell selbst, aber diese Modelle lügen. Also man kann nicht so wirklich glauben, was das Modell sagt. Testen kann man das Ganze auf chat.lmsys.org, also in dieser sogenannten Chatbot-Arena. Leider, wenn man aktuell auf die Chatbot-Arena klickt, dann sehen wir das da. GPT2-Chatbot ist aktuell nicht vorhanden. Wenn man den Link folgt, dann findet man natürlich auch nichts. Einige haben das Ding testen können. Mittlerweile kann man es absolut nicht mehr testen. Ich hoffe, dass das wieder zurückkommt. Ich bin gespannt, was es mit diesem mysteriösen Release hier tatsächlich zu tun hat. In der Chatbot-Arena, die ich schon oft vorgestellt habe, ist dieses Modell noch nirgends zu sehen. Ich habe hier die Plätze durchgesehen, und zwar bis 92, also es war einfach nirgends zu finden. Etwas, was ich gefunden habe, dank meiner Community auch natürlich, ist das hier. Der GPT2-Release. Das war damals tatsächlich von OpenAI, und zwar als sie das normale GPT2 angekündigt haben. Und das ist schon eine Weile her. Das geschah am 5. November 2019. Also damit sollte das Ganze relativ wenig zu tun haben. Was hier bei GPT2 jedoch da war, ist natürlich, das Ding war Open Source. Also ich würde es richtig cool finden, wenn das neue GPT2-Modell auch Open Source werden würde. Aber das müssen wir uns natürlich erstmal schön reden. Ich bezweifle, dass wir sofort ein Open Source-Modell bekommen, das so gut ist wie GPT4, eventuell sogar besser. Zumindest laut den Tests. Sam Oldman ist natürlich auch dafür bekannt, dass er Leute trollt auf Twitter und sonst überall, bzw. auf X. I do have a soft spot for GPT2. Also ich bin gespannt, was Sam Oldman damit anmerken will. Er reagiert auf keine Kommentare. Auch dieser User postet hier etwas. Das war der erste Release von GPT2. Ob man sich noch daran erinnert, dass es tatsächlich damals zu gefährlich war, das Ding rauszulassen. Leute spekulieren wild umher. Um ehrlich zu sein, weiss ich es nicht so wirklich, was dieses Modell ist. Aktuell weiss es niemand. Unter dem Post von Sam Oldman wird natürlich auch, wird spekuliert. Es werden Dinge hier miteinander verglichen. Kein Mensch weiss, was so richtig los ist. Und wir können es aktuell leider Gottes auch nicht mehr wirklich testen. Was ich jedoch ganz genau weiss ist, dass man in der Community am schnellsten informiert ist. Denn hier, dieser Post wurde schon vor 8 Stunden veröffentlicht. Das war richtig, richtig schnell, nachdem die Meldung raus war. Und zum Start konnte man dieses Modell tatsächlich sogar testen. Link zu der Gratis-Community übrigens in der Beschreibung. Dann bleibst du immer up to date.